Anpassung, Präsentation von Informationen oder Ideen auf eine Weise, die den bestehenden Überzeugungen oder Vorurteilen des Zielpublikums entspricht. Provokation, das Auslösen von emotionalen Reaktionen oder Handlungen, um bestimmte Reaktionen zu erzeugen oder eine bestimmte Agenda voranzutreiben. Korrelation versus Kausalität, die implizite Darstellung einer kausalen Beziehung zwischen zwei Ereignissen, die tatsächlich nur eine zufällige Korrelation aufweisen. Inflation von Bedeutungen, Übertreibung oder Verzerrung von Informationen, um ihre Bedeutung oder Wichtigkeit zu erhöhen. Falsche Balance, die Darstellung von zwei Seiten eines Arguments als gleichwertig, obwohl eine Seite deutlich mehr Beweise oder Unterstützung hat. Verzerrte Statistik, Manipulation von statistischen Daten, um eine bestimmte Schlussfolgerung zu unterstützen. Schuld durch Assoziation, die Zuweisung von Schuld oder Verantwortung an eine Person oder Gruppe aufgrund ihrer Verbindung zu einer anderen, die negativ angesehen wird. Doppeldenk, die Verwendung von Sprache, die absichtlich mehrdeutig ist oder widersprüchliche Bedeutungen hat, um Verwirrung zu stiften. Konformitätsdruck, Druck auf Einzelpersonen oder Gruppen, um sich den vorherrschenden Meinungen oder Normen anzupassen. Gebrochene Fenstersyndrom, die Schaffung oder Betonung von Problemen, um Unterstützung für bestimmte politische oder soziale Maßnahmen zu gewinnen. Einwanderung und Kriminalität, die Verbindung von Einwanderung mit Kriminalität, um Angst zu schüren und bestimmte politische Ziele zu erreichen. Religiöse Überzeugungen, die Verwendung von religiösen Prinzipien oder Überzeugungen, um politische oder soziale Ideen zu unterstützen oder zu legitimieren. Einschüchterung, Drohungen oder Angstmacherei, um Menschen davon abzuhalten, bestimmte Ideen oder Handlungen zu unterstützen. Kultureller Chauvinismus, die Überlegenheit der eigenen Kultur oder Nation betonen und andere kulturelle oder ethnische Gruppen herabsetzen. Verharmlosung von Gewalt, die Darstellung von Gewalttaten oder Kriegshandlungen als gerechtfertigt oder notwendig. Historische Revisionismus, die Verzerrung oder Umdeutung historischer Ereignisse, um eine bestimmte politische oder ideologische Agenda zu fördern. Pseudo-Argumente, die Verwendung scheinbar logischer Argumente, die tatsächlich auf irreführenden Annahmen oder Fehlschlüssen beruhen. Einseitige Berichterstattung, die gezielte Auswahl und Präsentation von Informationen, um eine einseitige oder verzerrte Sichtweise zu fördern. Entmenschlichung, die Darstellung von Gegnern oder Feinden als weniger menschlich oder würdig von Mitgefühl. Psychologische Manipulation, die gezielte Anwendung von Techniken aus der Psychologie, um das Denken oder Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Anspruch auf moralische Überlegenheit, die Darstellung einer Gruppe oder Idee als moralisch überlegen im Vergleich zu anderen, um Unterstützung zu gewinnen. Verschleierung, die bewusste Verwendung vager oder irreführender Sprache, um die wahren Absichten zu verschleiern oder die Klarheit zu vermeiden. Vorhersage von Bedrohungen, die Verwendung von Warnungen oder Vorhersagen über zukünftige Bedrohungen, um Handlungen zu rechtfertigen oder Angst zu schüren. Verschwörungserzählungen, die Förderung von Geschichten über angebliche geheime Pläne oder Verschwörungen, um Misstrauen zu schüren oder eine bestimmte Agenda zu fördern. Appell an die Vernunft, die Verwendung von scheinbar rationalen Argumenten oder Logik, um Unterstützung zu gewinnen oder Kritik zu entkräften. Loyalitätsbekundungen, die Förderung von Symbolen oder Ritualen, um die Loyalität zu einer bestimmten Gruppe oder Idee zu verstärken. Mythos des nationalen Erwachens, die Darstellung einer Nation oder Kultur als im Aufstieg begriffen oder auf dem Weg zu einer glorreichen Zukunft, um Unterstützung zu gewinnen. Nostalgie, die Betonung vergangener Zeiten oder Traditionen, um eine positive Einstellung zu bestimmten Ideen oder Werten zu fördern. Falsche Dokumente oder Beweise, die Erstellung oder Verbreitung gefälschter Dokumente oder Beweise, um eine bestimmte Erzählung zu unterstützen oder Gegner zu diskreditieren. Appell an den Patriotismus, die Verwendung von Symbolen oder Reden, um die Liebe zum eigenen Land oder zur eigenen Nation zu fördern und Kritik als unpatriotisch darzustellen. Selbstzensur, die Einschränkung oder Unterdrückung von Informationen oder Meinungen, die der gewünschten Erzählung widersprechen. Schwarz-Weiß-Denken, die Darstellung von komplexen Themen oder Problemen als einfache Wahl zwischen Gut und Böse. Opferdarstellung, die Darstellung einer Gruppe oder Person als Opfer von Ungerechtigkeit oder Unterdrückung, um Mitgefühl zu erzeugen oder Unterstützung zu gewinnen. Umkehrung der Schuld, die Zuweisung von Schuld oder Verantwortung für Probleme oder Fehler an eine andere Person oder Gruppe, um die eigene Verantwortung zu vermeiden. Technologische Überlegenheit, die Betonung technologischer Fortschritte oder Errungenschaften, um die Überlegenheit einer Gruppe oder Nation zu demonstrieren. Bürokratische Hürden, die Schaffung von bürokratischen Verfahren oder Regelungen, um den Zugang zu Informationen oder Ressourcen zu erschweren und Kritik zu verhindern. Abstraktion, die Darstellung von Informationen oder Ideen auf eine abstrakte oder unkonkrete Weise, um Kritik zu entziehen oder Missverständnisse zu fördern. Überwältigung, die Flutung von Informationen oder Ereignissen, um Verwirrung zu stiften oder Kritik zu erschweren. Politischer Opportunismus, die Anpassung von Meinungen oder Positionen, um politische Vorteile zu erlangen, ohne Rücksicht auf Prinzipien oder Werte. Perpetuierung von Stereotypen, die Wiederholung und Verstärkung von Stereotypen über bestimmte Gruppen oder Personen, um Vorurteile zu verstärken und die Unterstützung für bestimmte Ideen oder Politiken zu fördern. Stereotypen Stereotypen Stereotypen